Ja, Hallihallo ihr Lieben! Wir haben es mal wieder Donnerstagabend und gerade ist GNTM vorbei. Das heißt GNTM, meine Meinungszeit und ich habe mir hier wie immer mein kleines Zettelchen vorbereitet, um euch zu erzählen, wie ich die Sendung fand. Und weil wir ja morgen auf der Beauty sind, muss ich es eben wieder aufnehmen und meinem kleinen rothaarigen, helfenden Engel per E-Mail schicken, so dass es für euch quasi jetzt anzuschauen ist. Ja, was soll ich sagen? Die Show, die Show, die Sendung, die Folge, die war eigentlich ziemlich cool. Ich habe mich ziemlich viel amüsiert und ich hatte sogar insgesamt drei Highlights. Das erste, gleich fünf Minuten nachdem die Sendung angefangen hatte, Q meint, er ist der Oberhammer, coole Hecht, stellt sich auf das Board und kratsch! Gibt es sich erstmal in der Mitte durch? Ja, schade, das war es mit der Coolness, die hat sich in der Wüste eben einfach verflüchtigt. Dann muss ich sagen, über die ganze Folge und eigentlich über jede Folge immer mehr, immer mehr, ist Christian Schuller für mich das totale Highlight. Der Typ hat Sprüche drauf, die sind einfach wirklich zum Wegschreien. Er ist aber trotzdem nicht fies, sagt aber so wirklich ehrlich seine Meinung, aber man merkt einfach, dass da eine Kompetenz dahinter steckt. Ganz im Gegensatz zu seinem Jury-Kollegen Q, der Typ, der geht gar nicht. Mir stellen sich mittlerweile die Nackenhaare auf, sieht dann irgendwie so aus. Wenn ich den Typ reden höre, da kommt nur flüssiger Scheiß raus, ey, wenn ich das mal so ganz krass sagen darf, ja. Also der geht, der geht gar nicht. Und wenn das so weitergeht, wäre das ein echter Grund abzuschalten. Also ProSieben, den braucht ihr beim nächsten Mal nicht nochmal einkaufen. Der hat sich als totale Miete erwiesen. Und mein drittes Highlight war, Frau, alles ist super. Es hat mir so einen Spaß gemacht, hier dabei zu sein. Es war so toll. Oh, das Fotoshooting. Also kannten wir schon, sie hat ihren Stiefel durchgezogen und es war wirklich sehr, sehr ambisant. Aber hat letztendlich dazu geführt, dass sie rausgeschmissen wurde, was echt mehr, mehr, mehr als verdient war. Also das wurde wirklich Zeit wegen meiner, hätte sie auch letzte Woche schon fliegen können. Also da Frau, alles ist super, jetzt raus ist, ist jetzt alles super. Ja, dann die nächste Kategorie, Zickenkrieg, findet nicht statt, findet einfach nicht statt. Ich weiß nicht, ob sie ihn rausschneiden, ob das Thema Zickenkrieg vorbei ist, ob das keiner sehen will. Also ich finde es immer ganz ambisant, aber findet irgendwie in dieser Staffel nicht statt. Das Shooting hat mir extrem, extrem, extrem gut gefallen. Das war einfach super schicke Kleider, eine super Location. Die Mädels haben zum Teil Hammerposen dahin gelegt. Also das Foto von Miriam war ja wohl mal, Miriam, der Startmodel, ich glaube Miriam heißt sie, war ja wohl mal einfach super, ober, mega geil. Also das hat mir wirklich, wirklich gut gefallen. Das hat richtig Spaß gemacht und die Fotos sahen auch alle, oder fast alle, wirklich richtig toll aus. Also alles in allem war diese Folge um Meilen besser als die von der letzten Woche. Und ich würde ihr eine 7,5 von 10 Punkten geben. Und ja, zum Schluss habe ich noch eine ganz, ganz große Überraschung für euch. Wie wir ja aus der Vorschau für nächste Woche gesehen haben, ist die Umstyling-Folge die nächste, die kommt. Die beste Folge der ganzen Staffel, ich glaube, jeder der GNTM guckt, findet diese Folge am allerbesten. Und ich habe mir für diese Folge etwas ganz Besonderes überlegt. Und zwar werde ich die mit euch live kommentieren per BlogTV. Also wenn ihr dazu Bock habt, dann solltet ihr nächsten Deuerstag um Viertel nach 8 zu BlogTV kommen. www.blogtv.com Ich werde das aber auf jeden Fall nochmal twittern. Ich packe euch den Link zu Twitter und zu BlogTV in die Sidebar. Und ich hoffe, wir haben da ganz, ganz viel Spaß. Ja. In diesem Sinne, wie immer, eure Meinung unten in die Kommentare. Diskutiert mit mir. Ich will wissen, was euch am besten gefallen hat. Findet ihr Q auch zum Kotzen? Wie findet ihr den Schuller? Wie findet ihr die ganze Sendung? Freut ihr euch aufs Umstyling? Wollt ihr überhaupt ein BlogTV sehen? Fragen über Fragen. Bis nächste Woche. Ciao, ciao. Eure Coco.